In diesem Video geht es um die besten Bartschneider. Der Qualitätssieger in unserem Bartschneider-Test geht an den Philips BT5515. Trimmen Sie Ihren Bart in einem schnellen Zug. Die innovative Lift & Trim Pro System richtet jedes Haar auf und führt es anschließend zu den doppelt geschärften Metallklingen. Die Metallklingen sind doppelt geschärft und besonders hautfreundlich. Das bedeutet, Sie haben eine lange Lebensdauer und schneiden selbst dickes Haar. Über das integrierte Zoom-Wheel kann für den perfekten 3-Tage-Bart-Look zwischen 0,4 und 10 mm aus 20 Längeneinstellungen gewählt werden. Mit dem aufsteckbaren Präzisionstrimmer können Sie Konturen einfach stylen und Ihren Look perfektionieren. Trimmen Sie Ihren Bart, indem Sie 0,2 mm Schritte zwischen 0,4 und 2 mm für einen präzisen kurzen Bartstyle wählen, 0,5 mm Schritte zwischen 2 und 5 mm und einen gleichmäßigen 3-Tage-Bart. Laden Sie Ihren Bartschneider eine Stunde lang auf, um ihn 90 Minuten lang ohne Kabel zu verwenden. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Braun MGK 3211. Pflegen Sie längere Bärte oder Haarstylings mit dem 11-20 mm Kammaufsatz. Mit dem Kammaufsatz für kurze Bärte können Sie kurze bis mittellange Bärte 0,5 bis 10 mm oder Bartstoppeln pflegen. Schneiden Sie Ihre Haare genau auf die gewünschte Länge von 0,5 bis 21 mm mit den beiden verstellbaren Doppelfunktions-Kammaufsätzen. Rasieren Sie mit dem Braunbart-Trimmerkopf präzise Linien und Konturen. Pflegen Sie gezielt kleine Bereiche mit dem Detail-Trimmerkopf. Beseitigen Sie störende Haare mit dem Trimaufsatz für Ohren- und Nasenhaare. 50 Minuten kabelloses Trimmen. Vollladung in 10 Stunden. Ergonomischer Griff für eine sichere Handhabung. Alles zusammen sorgt für ein reibungsloses Trimmerlebnis. Das Multi-Grooming-Kit bietet Ihnen sechs Funktionen in einem Gerät. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Bartschneider-Test ist der Remington MB320C. Mit dem MB320C bleiben beim Thema Bartstyling keine Wünsche offen. Von drei Tage Bart über Vollbart bis hin zu detaillierter Feinarbeit meistert der Bartschneider alle Anforderungen. Dank eines neunstufigen Einstellrads mit neun Längeneinstellungen bringt die keramikbeschichtete Klinge nahezu jeden Bart in die gewünschte Form und glänzt mit professioneller Schneidleistung. Für optimalen Halt sorgt der hochwertige ergonomische Griff. Ein Stellrad mit neun Haarlängenstufen 1,5 bis 18 mm ist möglich. Durch die mitgelieferte Reinigungsbürste lässt sich der MB320C problemlos reinigen. Der MB320C überzeugt mit einer keramikbeschichteten Klinge, einem Netz-Akkubetrieb und dem Vorteil das Gerät nicht einölen zu müssen. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.